Herzlich Willkommen bei Aquarena und der Hardwixen Freizeitanlagen GmbH. Produkte der Firma Hardwixen stehen für Abenteuer, Action und Adrenalin. Mit dem System Aquarena stehen wir für Kompetenz, Know-how und innovative Ideen und inszenieren in Ihrem Schwimmbad Abenteuer und Erlebnisse der ganz besonderen Art. Mit dem Aquarever präsentieren wir ein einzigartiges Rutschangebot, mit welchem Sie Ihren Besuchern eine Art Wildbach bieten. Wie bei einem Bach in der Natur ist der Verlauf dieser Rutsche vollkommen unregelmäßig. Der Badegast lässt sich in einer nach oben offenen Schale passiv durch die Start-, Zwischen- und Endbecken treiben. Er erlebt dabei durch die unterschiedlichen Querschnitte, die verschieden starken Strömungen und ständig wechselnde Richtungen und Neigungen die natürliche Form eines Wildbachs. Geschlängelte Bachverläufe mit steilen Abschnitten und flachen Strecken, abwechselnde Querschnitte vom schmalen, wilden Bachbett in ein weites, ruhiges Becken oder in eine wilde Strömung. Unser Aquarever wird komplett nach Ihren Vorstellungen frei geformt, ohne regelmäßige oder geometrische Formen. Wild, wie in der Natur. Der Reiz unseres Aquarever liegt in der Abwechslung von steilen und flachen Passagen, Ruhe- und Bewegungszonen und in der Wahrnehmung einer unterschiedlich starken Wasserströmung. Der Aquarever wird in einer neuartigen Fertigungstechnik exakt nach Maß in freigeformten Einzelelementen in unserem Werk vorgefertigt. Die Elemente des Aquarever werden im Handlaminierverfahren als Wirrfaserlaminat mit einem Glasgehalt von mindestens 30% und einer Wandstärke gemäß der statischen Berechnung hergestellt. In einer kurzen Montagezeit bei Ihnen vor Ort ist der Aquarever komplett eingebaut. Die einzelnen Elemente werden mit übergangslos einlaminierten Flanschen so ineinander verbunden, dass keine spürbaren Übergänge festzustellen sind. Die Gesamtformgebung kann so gestaltet werden, dass alle Ihre Wünsche, Vorgaben und Anforderungen an diese Attraktion erfüllt werden. Die Planung des exakten Flussverlaufes erfolgt nach den ersten Gesprächen zunächst auf dem Papier. Nach Abstimmung mit Ihnen als Auftraggeber auf der Grundlage der zeichnerischen Darstellung wird von uns ein Arbeitsmodell erstellt. Dieses Modell wird in einem Maßstab produziert, welcher unter Berücksichtigung der physikalischen Modellgesetze für Strömungsversuche geeignet ist. Nun können diese Strömungsversuche durchgeführt und die Hydraulik des Bachverlaufes für mindestens zwei verschiedene Betriebszustände dargestellt werden. So werden die verschiedenen Radien, Gerad- und Gefällstrecken sowie die genaue Gestalt der Zwischenbecken ermittelt. Die optimale Bestimmung des Strömungsverlaufes und die Entschärfung von Gefahrstellen in dieser Phase mit den Modellversuchen gewährleisten einen sicheren Betrieb Ihres Aqua Rivers. Das optimierte Modell wird abschließend unter Einbeziehung von Bauherren, Architekten und Fachplanern vorgestellt und schließlich in die Realität bei Ihnen umgesetzt. Die Elemente Ihrer neuen Attraktion sind gegen UV-Strahlung, Badewasser und übliche Reinigungsmittel natürlich resistent. Der Aqua River wird in Ihrem Bad innerhalb kurzer Zeit ein attraktiver Besuchermagnet. Die enge Zusammenarbeit zwischen Ihnen als Auftraggeber, den Planern, Betreibern sowie Aquarena und der Hartwigsen Freizeitanlagen GmbH garantiert die optimale Umsetzung Ihrer Vorstellungen und Ihren Besuchern ein unvergessliches, wildes Erlebnis. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017